hallo und herzlich willkommen zum zweiten demo und zwar zu conception ja also diese demo das ist kein vita demo sondern ein psp demo und ja wie soll ich sagen das sind die mache von spike und artlos artlos die mache von persona 4 ja also diese game ist ähnlich wie persona 4 namen kann mich auswählen geburtsdatum sogar bluttyp und ja ich ente nix also in diesem spiel das ist fast ähnlich wie ein persona 4 bloß perversa ja perversa man hat auch beziehung und ja und so der erste zwischen sequenz schon also ich werde die szene wie immer spüren weil so oder so niemand versteht oder auch hier genau bei persona eine entscheidung treffen und so also hier muss man auch ein alltäglicher leben so verpflegen real life und abends dämonen bekämpfen ja man bekämpft dämonen hier auch oh ja hier genauso das war eigentlich beide kurs an kursi in es war in der schule auf dem dach und plötzlich sind sie jetzt in eine andere welt was wieder ziemlich viel sinn macht ja ja und ihr seht das ist schon persona ähnlich oder nein man kann ich hier noch keine nenn ich kann persona sind oder dort flächen dann schon das sind eigentlich die dann schon soja kann man hat den kanal auch und status habe ich was ja also hier damit nicht ganz viel gezeigt egal weiter geht's und dann kommt auch der ersten kampf was ich so ein bisschen gerafft habe aber ja so also die kampf system ist ein bisschen ähnlich wie bei persona aber doch gleich wieder anders weil da oben wähle befehle dass das hier wäre kampf das wäre magie das wäre items und das wir verteidigen das gas in und so das sind noch so personen die später dazu kommen aber zuerst ein angriff hier wie man sieht diese vier felder man kann hinter der gegner links rechts gegen und vor der gegner angreifen das ist eben anders bei persona noch viel taktischer ja ja und jetzt kann ich hinten den gehen und wenn ich bei ihr hin in der rücken angreifen gibt es mehr schaden etwa 600 vor ja 600 ist das doppelte aus vorhin 300 so und fertig ja 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 also wer das gar nicht gekannt hat das sind so sternzeichen ja sie war die jungen frau bla 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 ja also das lied mache ich auch also um was in diesem spiel geht also also die zwei wurde gerade einander welt und sie müssen diese lesen also der junge der protagonist hier und ja indem er kinder erzeugt ja indem er kinder erzeugt rettet er es ja und zwar mit die zwölf sternzeichen und ja die werden doch so gerade vorgestellt ja jetzt wird der garten untersucht und die glaube ich ja diese frau in roter haare das wird die skorpion denke ich ja also ich weiß jede welt welche gern die sternzeichen sind aber wie die heißen weiß ich gar nicht ja hier auch genau ähnlich bei persona man kann orte gehen anstatt hinlaufen event das heißt dort kommt ein event vor so das heißt das ist ein haus das ist ein zimmer da kann man ja hier speichern ausrüsten und soja und schule hat man übrigens nicht aber man hat auch datum ja 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 ich weiß schon alles ja hier ja das werde ich ausgehen und ja ich kann sonst nichts machen also verlassen so ja jetzt in der stadt hier schaut man die stadt level für das bau bis das aufgelevelt hat das werde kizuna auch so kizuna heißt weiß es wieder ja verband verbindung wenn man auto kennt ja und dann oben dann noch herzen das noch das datum genauer persona herz und muss meine herzen wieder herzen also ich gar nicht mehr ob das ausgerufen okay und dann zu den nächsten erwähnt ja ich glaube jetzt wird hier die sternzeichen vorgestellt glaube ich zumindest ja ja und so wird hier jeder einzelne mal vorgestellt und ja vielleicht sieht hier manche schon welche sternzeichen welches ist aber ja für mich war es am Anfang voll schwer ja ja das war stier ja sie ist zwillinge ja sie ist auch jemand anderes ja die andere zwillinge ja der nächste krebs ja sie ist krebs löwe ja ja sie ist ja wagen stier ja steinbock ja steinbock ist sie und sie ist ja wasser mann sie ist wasser mann das finde ich auch ziemlich komisch sie ist fisch ja sie schüchtern ja ja das waren erstmal zwölf ja so ja und sie ist die jungfrau ja und dann wird auch das nächste event ja ich will so diesen hier ich glaube da wird sein und geht sein erklärt glaube ich man die kinder erzeugt ja bei der tempel oder altar ist das ja ich weiß nicht genau was es ist ja 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 das ist noch was geiles man kann hier frauen betatschen das ist ah nein das erste kind ja bei ihr das war mein kinderzeit kommt diese geile szene die ich ziemlich geil finde und es kommt schon die ersten zwei aus wie diese russische wie soll ich sagen ja dann wird sie ein kp auf happy birthday ja es passiert ist aber manchmal halten sie auch so bonus und ja da kommen zwei weitere ja nix bonus also da habe ich schon mal vier kinder und die helfen mir zum kämpfen was ziemlich viel sinn macht ja es gibt ziemlich viele verschiedene kinder und ich finde die demo geht auch recht weit ja 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 so viel geld haben jetzt aber die werden wir nicht lange haben das weiß ich noch warte mal gleich ja da ist der dieb ja der hat ihn gleich alle geld geklaut ja 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 schon alle geld verloren ja und ist 4000 ist auch normal ja 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 und dort ist das ja also das muss ich hier zu dem schloss gehen ja 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 so ausfragen was ich selber ja also zuerst mal alles ausfragen und danach geht es richtig weiter weil dort unten wo ich gerade gehen wollte dort wäre eigentlich die dungeon und ja boah soll ich so viele fragen kann ich nicht raus nope dann eben nicht ich glaube die letzte frage also werde raus denke ich ja okay dann frage ich halt noch mehr also dieses spiel ist ein ziemlich cooles spiel also persona kerner oder persona liebhaber wird es sicher mögen ja da bin ich sicher jetzt hier da unten da da wird das erwähnt also nennt dann schon eigentlich ja das ist dann schon ja es hat er der erlaubnis in die dann schon zu gehen so ja dort ist es gefährlich und zurzeit so sieht die danschen aus so vorhin ja gut ja ich weiß so dass so schon alles nein nicht alles aber ja ja sessor und dann zeigt es auch noch was ich ziemlich cool finde man kann es nach jahreszeiten gehen hier wäre jetzt zum beispiel frühling gerne sommer herbst winter ja ja wir können zu der frühling der erste so hätte das winzern und los geht's ja ich weiß da kann so wieder zurückgehen war nun kommt und hier sind schon die kinder die helfen mir ja ziemlich praktisch so und ja ich glaube ich kann mein teams nehmen ja oder auch heilen je nachdem aber das da hier das ist ein team diese blume so und das sind gegner denn jetzt können wir kämpfen so warning also im gegensatz bei persona den einfach kommen ja wenn man gesehen wird kämpft man schon ok jetzt geht man von hinten an die kids so und auch von hinten das gibt schaden außer unten welche welche zurzeit angreift das finde ich auch ziemlich krass das wäre hinten also die rücken der jahr 90 also hier ist wie man den pfeil sieht da zeigt ob der gerade vorne links rechts ja dann wäre das da hier das herrücken und man schlägt zu warte mal ich nutze mal markiv aus geht nach 130 verbraucht dann dann so tot also oben schenke noch nicht das wäre aber auch ziemlich geil so dann noch einen kampf um etwas mehr zu zeigen komm ja die fälle wechseln oder mehr kinder was was zeigst diesmal egal so zuerst mal und was hat er für special drauf ich kann noch kann nix einsetzen ja der hat noch gar nix so ja auch misslungen passiert auch ab und zu mal und ja kannte das ja das würde ne 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 das ist nicht das wo ist das doch hier gassen kann die nicht es geht ja es geht kann man auch da mal zurück denn ich denke wo ich habe genug von kämpfen gezeigt so wo ist die teleportation archiviert die teleportation wappen ja damit bringt es mich wieder raus ja da fragt er wie war das und so ja geht's dir gut und blablabla ja so 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 ja aber man kann auch andere klasse erzeugen und das muss man dann mit anderen girls machen und ja ich glaube das würde ich dann bei der nächste part zeigen denn ich habe so mein limiter leicht ich würde hier schluss machen außer dann ciao